So Großmeister, erzähl mir mal was Sache ist. Ich übernehme hier die Verantwortung und danke HZ1 alter für deinen Prime Sub. Ich habe eh zweimal 50% EP Bonus, dann gibt es einmal 50% EP Abzug, dann ist das so. Guten Abend, Max White. So Geschützbatterien wieder hergestellt. So Geschützbatterien wieder hergestellt. So, was willst du mir jetzt wieder andrehen? Das ist eine Saat. Das ist eine Saat. So, was geht das so? Woah! So, wie sind wir? So, wie ist das? Das ist einstopp. So, was ich auf den Olivier? Ich habe also wieder keine ayuda. Das ist ein Grund, was ich für dich. Was ist das? Plus 1 Saat bei Extraktion und ja, du kannst unterschiedliche negative Effekte wohl kriegen. 10 Servitoren, eine 3er Hellbade, aber den Bonus mache ich nicht. Cam ist nicht weg, Cam ist ausgeschaltet gerade. Es tut mir leid, ich komme gleich wieder, kein Stress. Habt das schon mitbekommen. Abonnieren Sie sich. Abonnieren Sie sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Another foul cult of Nurgle, there is little doubt we will find more of these seeds below, brothers, advance Dee, 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 dee So, weil Leute mich sehen wollen, hallo? Ich schaltere die Cam aus, wenn das irgendwas verdecken würde. Wolfgar will mich sehen. Wolfgar ist schuld, dass ich die Kamera wieder eingeblendet habe, sonst hättet ihr jetzt stundenlangen Spaß gehabt, ohne mich zu sehen. Silver dolls, shall we play to care? Pray for the end, knight. We are the swords of justice. We are the swords of justice. I am here to serve. I am with you. Your command. Moving now. Der trippt nur den einen. Wulfgar, was soll das? Irgendwie habe ich einen richtig kacken Start jetzt gemacht. Wherever you will, was soll das? Your orders. Der darf den gerade nicht angreifen. Der hat diesen Präventivangriff. Also schilde dich. Danke für deinen Twitch Prime, sagt Manikator. Nein, mein Pulsheld ist wieder platt. Oh, danke E-Keeps für deinen Prime-Sub zum allerersten Mal. Vielen Dank und willkommen. Ich weiß, dass du die Tage schon mal hier warst. Und nochmal. Kannst du dir im Nahkampf jetzt hinrichten? Nee, oder? Doch. Diese kleine Säge. Sehr gerne, ich schaue eigentlich seit Jahren bei YouTube deine Clips. Dankeschön für deine Arbeit und Unterhaltung. Gerne. Und Entschuldigung für all die Jahre, die du ertragen musstest. Läuft ja mal so, mal so bei mir an. Aber zur Zeit bin ich recht, äh, recht motiviert. Jetzt habe ich die da oben gepullt. Das sorgt für Abwechslung. Ich meine damit eher, äh, manchmal bin ich total engagiert. Und jetzt pulle ich grad zwei Truppen auf einmal. Ja, Kacke. Aber du bist eben sofort tot. Ich möchte jetzt das. Alexandria, Kacke! Das hat dich so armiert. Das war heute. Das war jetzt. Ich bin gedacht. Das war die Straße. Das warst du. Das ist okay. Das war. Das war das. Der Straße. Das war. Ich werde die da oben erst mal stehen lassen. Der Schlimmste von denen ist er besiegt. Der mit Raketen auf Distanz und so weiter und so fort mich jetzt hätte ergeren können. Oder was auch immer der macht, aber der macht ja die dämlichen Barrierezerstörungsschüsse und so weiter und so fort. Aye, Sir. We have arrived. Fight. They won't do. Advance with security! Was ist Ihr will? Wann fährst du in den USA? Am 30. Ups, mein Fehler. Ich habe dem einen die Saat nicht genommen vorher, aber grüne Saat habe ich reichlich. Reichlich. Dann haben wir ja noch ein paar Tage schon aufgeregt. Frag mich einfach nicht. Ja. 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 Drei. Ja, das macht mir. Ich bin hier, um zu servieren. Vier titan! Blessed are our arms. Mein Macht ist gesperrt. Ich bin der Emperor's Fury. Firing jetzt! Einfach Massaker. Und er darf nochmal schießen. Und wenn es jetzt Grit ist, ist es der Tod. Komm doch! Your orders! At your service! All! Yes, sir! Und weiter. Schild laden! Affirmative! Weapon re-armed! Ohhhh! Ahhhh! Ahhhh! Schwingen wir erstmal da rüber. Ich denke mal, du erreichst den von nirgendwo. Ja, das haben die... Also der Gegnertyp entfernt sich immer. Von einem. Das hat was mit seinen Fähigkeiten zu tun, also mich einmal diesen Boden zu verseuchen. Overwatch und halt einen normalen Schuss setzt er an. Und er ist halt kein Nahkämpfer. Alle Nicht-Nahkämpfer rennen nämlich hier in diesem Spiel weg. Super lästige Nummer. Was ist dein Will? Auch wenn du dich anbietest mit deinen Leuten und sagst, ach guck mal, du könntest den jetzt so gut treffen. Hm. Oh, yes, Commander. Yes, Commander. Yes, Commander. I am with you. Oh, oh. Ne, mach nur das, weil... Ah, ne, scheiße. Ah, ich hätte den Samien entfernen können. Ach, egal. Ist ja eh in der Akkampf, wir kriegen das ja sowieso. So, du bist verseucht. At your service. Standing ready. Alvar. Their Plagues are meaningless. They're worthless. What is your will? Talamon! I pardon you. I am here to serve. I am with you. I am with you. Oh, der hat auch das Telefon auf Nichtstörungen gesetzt. Interessant. Verdammt. Ein Schritt zu nahe wieder. Ja, reißt euch da alles ein. Wir sind wachen. Wir patrouillieren. Hier ist ein Schritt zu nah ran. Wir müssen alles zerstellen in unserer Umgebung, um unsere Stärke zu demonstrieren. Vor allem geil. Der hat die Hälfte seiner Rüstung einfach verloren, weil er in das Ding reingelaufen ist an der Seite. No demon shall avoid its fate. Standing ready, your orders. Die sollten überwiegend relativ gleich stehen bleiben, weil die alle gegen die Wand geschleudert werden. Der hat die Hälfte der Hälfte der Hälfte. Das war ein Crit. Nimm ruhig auseinander. Fogladung. No demon shall avoid its fate. It will be done. No demon shall avoid its fate. No demon shall avoid its fate. Halt Stopp, nicht angreifen. Braucht ihn gleich noch. Schön, er hat automatisch nachgeladen. Dann ist das halt so. Er kriegt plus zwei AP beim hinrichten. Jetzt ist er nämlich wieder auf drei. Ja, 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 wir kriegen Besuch, ist schon klar. Das ist aber nicht schlimm. Wir verküllen uns gleich einfach auf die Anhöhe. Und wieder hinrichten. Ja, 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 ja. Was ist deine Wille? Ich sehe eh schon, wie der Warp-Riss hier oben welche setzen wird. Da ist einfach fünf AP übrig. Durch die Hinrichtungen. Und wieder hin. Heute... Jetzt war mir wieder... Ah, gut. Deswegen ist unten, aber ist trotzdem ein scheiß Gegner. Geh erstmal weiter weg von mir, genau. Und jetzt kriegen wir noch über die Warp-Woge irgendwas Beschissenes. Ja, humpeln für drei Runden. Deine Orders. Was ist deine Wille? Deine Orders. Ja. Deine Orders kann sich anschießen. Ihn schon. Ja. Ja komm, noch ein Crit. Good work. The enemy is wounded. Yes, Commander. Unleash me. Fine now. The enemy is wounded. Ich überlege gerade, wird da nicht noch, wird da nicht noch zwei Schaden kommen müssen? Okay. 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 Guten Abend, Nebelbart. Der hat doch schon Bluten drauf. Moment, die Mutation hast du noch? Okay, 6-6, danke, Test-A-M-I-N-T. Ich sollte mal einen von denen betäuben, gibt bestimmt nen Bonus, beziehungsweise gibt bestimmt nen Archivment dann. Ah, vergessen. Wobei doch, wir kommen ja noch weg. Ob der beim Hinrichten auch explodiert? Deet, 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 deet. Bissere mit einem Explosivangriff innerhalb von den Schiffen. Ich hab eine Reichweite von 10, blablabla. Betroffene werden heftig von der Quelle des Rückschlags weggestoßt. Distanz 3. Ach, das ist die neue Fragmentgranate. Die nehm ich. Dann sind zwar meine zwei Punkte, die ich gerade rausgeholt hab, wieder weg. Dämonen-Drescher nur Schaden gegen Dämonen. Also beziehungsweise Bonus-Schaden gegen Dämonen. Da musst du ja wissen, welche Gegner vorher da sind. Find ich nicht so toll. So, was verbessern wir als nächstes? Rumpf ist 3 von 5. Damit kann ich noch gut leben. Ach komm, dass mal die Forschungsgeschwindigkeit ein bisschen erhöht wird. So, von da aus erreichen wir noch beide hier unten. Da oben kommen wir nicht hin. Mission ohne kritische Verletzungen gewinnen. Was ist hier die Herausforderung? Mission ohne dasselbe. Ja, die Augmentierungskammer. Wann bekommt einer von meinen Typen mal eine kritische Verletzung? Mission ohne dasselbe. Verdammt. Ich wurde ein bisschen aufgehalten. Da guckt man mal auf die Uhr und dann sowas. Die Gegner-Drehung haben die Edikt verabschiedet. Die Reporten sugieren, dass sie auf die Ere. Entfernt mich, Kommanderer. Ich werde diesen Traitern ein Lachen lernen. Analyse. Das Gegner-System kann minimall beschädigt werden. Ein Counteroffensive ist verabschiedbar. Ich kann die Armour erreichen. Schrei Ektar und eure Kräfte, um das Gegner-System zu attackieren. Ich bin zu spät gekommen wegen der dämlichen Mission. Nicht wegen der Mission, sondern wegen dem dämlichen Nebel. Aber ich glaube, dadurch war ich jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Lad doch letzten Save. Hm. Nee, das ist der letzte Save. Ich glaube, der savet nach jedem Tag immer. Und es ist immer nur ein Autosave. Das macht einen wirklich kirre. Ist jetzt auch egal. Passiert halt mal. Drei Blüten. Toll. Danke, Warp-Störung. Wo ich vorhin gesagt habe, das mit dem Rumpf ist doch schon alles ganz cool. Und jetzt mein Rumpf auf eins runter. Töte neun Gegner im Nahkampf. Das wird drin sein. Aber bevor wir jetzt gleich runter gehen, werde ich mal kurz ne pinke Pause machen. Entweder da und sich meinem Platz einen Treib bubblesmärchen. Aber. Für mich war das? Das ist noch nie für mich. バatmen. L ㅎㅎ